Hallo und herzlich willkommen, ihr seid Lukas Max. Heute die neue GTA Online Event Woche vom 30.01.2020. Ich würde sagen, wenn ihr nichts rund um das komplette GTA-Universum verpassen wollt, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go mit der Event Woche. So, als allererstes ist diese Woche ein neues Fahrzeug in GTA Online erschienen, und zwar der VSTR. Dieses Fahrzeug ist jetzt für 1,2 Millionen GTA-Dollar verfügbar und das neue Gewinnauto im Casino ist der Oppressor Mark I. Es kommen wir direkt zu den Rabatten von dieser Woche und die wären 40% Rabatt auf den Scramjet, auf den Ruiner 2000, auf den Chataru, auf den Mensager, auf den Nightshark, auf den Dun Fav, auf den bewaffneten Tampa, auf den Anti-Aircraft-Trailer, auf den technischen Aqua, auf den technischen Custom, auf den Insurgent Pickup und auf den Insurgent Pickup Custom und auf den Half-Track. Dann nochmal 40% Rabatt auf den MOC, auf den Adventure, auf den Terabyte, Fahrzeugwerkstatt, 40% Rabatt auf der Hangarwerkstatt, auf den Experten für Arena-Waffen. Jetzt kommen wir wieder zu den Doppelgeld und Doppelt-RP-Missionen von dieser Woche und die wären Doppelgeld und Doppelt-RP auf VIP-Arbeit plus Challenges, Target, Assault, Races, dann auf den Motor Wars-Modus und auf den Deadline-Modus. Und das Premium-Rennen von dieser Woche ist ein Zeichen der Zukunft, das Zeitfahren ist El Buro, Heiz und das Erzählzeitfahren ist Rilsul Park. So das war es soweit mit der Event-Woche vom 30.01.2020. Ich würde sagen, wenn wir 30 Likes schaffen, kommt demnächst ein neues Gewinnspiel und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder, euer Luca und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.